Wir sind hier bei Stadtherzen in Hamburg. Hamburg City, Digga! Die Familie macht Herzen, kann man wirklich sagen, aus Holz, aus Silber, in jeglicher Form, als Kette, als Deko. Der Hamburger Family-Betrieb, kann man fast sagen, oder? Wir sind jetzt alle eine Familie, richtig? Wir sind eine Familie. Ich glaube, zwei Söhne, eine Tochter und die Mutter, die das machen, das ist jetzt schon, sagen wir mal, ein ungewöhnliches Gründerteam. Und deswegen gönnt man den was aus. Genau, man will unbedingt, dass das klappt. Wenn das alles auf der Website zu finden wäre, ist es aber nicht unbedingt. Und deswegen muss da, glaube ich, nachgeholfen werden. Was mir in den Sinn kommt, ist, dass sie erst mal versucht, auch zu vereinfachen. Die haben drei Namen, glaube ich jetzt schon, nämlich City Hearts, Stadtherzen, ein Herz aus Hamburg. Was sie braucht, ist verschiedene Produkte in verschiedenen Preisklassen. Dass jemand, der jetzt irgendwie nur 10 Euro ausgeben will, was findet. Und jemand, der 100 Euro ausgeben kann oder will, auch was findet. Das wäre jetzt der kaufmännische Ansatz. Und das fehlt einfach, dass es so ein Online-Shop ist, dass man sieht, wer das macht. So kreative Bilder, einfach mehr Produktbilder, ein bisschen mehr einheitlich. Einfach eine gute Website, dass die auch online verkaufen können. Aber ich würde euch gerne fotografieren, auch für so den Start der Website. Das ist so schön, was hier alles ist und was du designst und malst. Aber das sehe ich gar nicht auf der Website. Weil diese Firma befasst sich mit Grafik. Das heißt, das muss doch auch da drin vorkommen. Ich kenne da welche, die heißen GoDaddy. Die können euch das da bestimmt reinprogrammieren. Ich bin mir sicher, die machen das nämlich beruflich. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass das richtig cool wird. Also, dass wir richtig eine geile Website zusammen machen. Ich hoffe, die Website und unser Input hat euch geholfen. Und wir wünschen euch alles, alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Und natürlich auch mit eurem Business. Wir sind begeistert, was für Tipps wir von den Stars bekommen haben. Von Echo, Bonnie und Philipp. Und können damit auf jeden Fall super weiterarbeiten. Und sind gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.